Wir sind hier auf der nächsten Map, Dragon's Teeth Propaganda. Yeah, mit Adolf Hitler. What the fuck? Ja, okay, okay. Also müssen wir gleich versuchen, auf dem selben Team zu kommen. Ja. Wir haben jetzt erstmal auf den kleineren Server gewechselt, weil... Das andere war zu heftig. So, irgendwo muss hier eine Eisenbahn sein und so Level-Ocean und so. Ich zu dir oder du zu mir? Mein Team ist voll, deins auch. Scheiße. Und da müssen wir wohl erstmal spielen. Okay. Guck mal. Oh, oh, eine Schneemap. Oh, it looks so brutiful. Brutiful? Brutiful. Das sieht aus wie Chernobyl, so ein bisschen. Da ist eine riesige Figur, ich schieße mal in den Kopf. Oh, nichts passiert. Oh. Schaut eigentlich. So, Propaganda, kann man hier den Fahrstuhl benutzen? Nein. Ziemlich offene Range, also Sniper werden hier ihren Spaß haben. Oh, ja. Oh, I like this map, it looks so awesome. Oh, nee. Oh, man, die Fahrstuhl irritieren mich. Die sind nicht offen. Sind nur so aura, die so glänzen. Siehst du mal, von dir aus müsste das rechts auf der Map sein, wie viel Platz da ist, weil da keine Flagge ist? Äh, nö, hab ich mir jetzt nicht drauf geachtet. Flaggen sind ja eher alle so... Au. Linksorientiert. That's how it goes! Cheat, das war nicht so gut. Wow. Hab einige Hitmarker bekommen, aber... Au, block mich doch nicht. Hier im Runde ich jetzt. Oh, hier ist ja genauso viel Shit los, ey. Ich sollte mir angewöhnen, die Leute mal zu spotten oder so. Vergesse ich nämlich immer beim Schießen. Hey! Die Map sieht echt geil aus mit dem Schnee und dem Gematsche. Eigentlich so, ja. Mach doch lebendig! Was? Hier ist ein Fußballfeld. Da war ein Gegner. Aber ich glaube nicht, dass man hier Fußball spielen kann. Die sind alle da, wo ich gerade herkam, ey. Oh, fuck. Na, komm ich hier. Da fährt ein Zug. Tutu! Echt? Ja, da hinten. Geil. Will ich gleich sehen. Oh, schade. Ich dachte, ich kann damit fahren. Ah, fuck. Ich werde jetzt sterben. Ja. So, ist immer noch voll. Mein Team. Dein Team auch. Ja. Ich glaube, das wird sich auch leider nicht ändern, Bro. Voll die Kontrollgänge hier. War das kein 16er Server? Wieso sind da jetzt auf einmal 32 Leute drauf? Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es einfach so eingestellt oder so. Keine Ahnung. Ach so. Ist ja doof. Na, ist doch okay. Ist doch okay. Ja, okay. Ah, okay. Das sieht ja cool aus hier. Richtig Kim Jong Il, äh, Unen-Style. Ich bin euer, neuer Propaganda-Meister. Meister-Propper, das sieht cool aus. Hast du die so fette Leinwand gesehen? Mh, noch nicht, ne. Bei C ist die. Bei C? Okay. Ah, schieb. Das war jetzt von mir aber voll verschossen. Fuck, 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 fuck. Okay. Das ist echt ne interessante Map, ey. Als zwischen A und B. Oh, danke, dass mir irgendwer geholfen hat gerade. Oh, oh. Da hinten. Heißt, die kommen jetzt, Alter. Oh, alle von der Seite. Oh, alle von der Seite. Wie kriegen die mich denn so schnell weg, Alter? Das gibt's doch gar nicht. Auf die Entfernung. Das ist doch nicht Chorall, Leute. Das ist nicht Chorall. Nein! Über das GHA-Einschuss-Headshot. Mh, natürlich. Äh, da ist die Flagge. Hey, hey. Oh, Alter, könnt ihr jetzt, kann ich mal einer raus hier? Da hat einer einen Ping von neun. Neun? Das wird man aber noch nie gesehen. Ja. Bro. Oh. Das war hart. Yay. Da sterben Menschen von uns. Fuck, wie viele denn da los, äh, da waren? Na, hier war grad Bukaka am Laufen bei mir. Bei C? Äh, ich glaube. Ja, da war ich auch gerade. Oh, ich bleibe ein bisschen müde. Man trifft sich in der Mitte, ne, in dieser Map. Und, äh, man kommt einfach nicht dran vorbei. An die anderen aus einem Mann ist einfach fast so zu tun. Ich will jetzt mal irgendwie rumzulaufen. Kannst du mir sagen, wo lang? Nee. Warum nicht? Weyer. Da kannst du vertrauen, Bro. Natürlich. Preise. Hier geht's nicht lang. Hier lang? Ja, etwas. Oh, shit. Okay, ich wollte gerade sagen, wenn ich Drago wäre, wo würde ich langlaufen? Und dann habe ich gehört, dass du gestorben bist. Ja. Äh. Na, hier kommt es zuerst durch. Man hat mir mein Messer-Gee geklaut. Alter, da war ja noch ein zweiter. Oh, Alter. Also, die Map ist auch wieder so hart, ey. Da muss man sich erst wirklich dran gewöhnen, ey. Ja, lauf weiter, Medic und stirb. Super, toll gemacht. Bist so ein Held. Also, wenn ich White wäre, wo würde ich sterben? What? Ja, fast. Der hieß White. Oh, das gibt's doch nicht. Nein, don't shoot me, Sniper-Prinzessin. Sniper-Prinzessin? Ja, die heißt Sniper-Prinzessin. Okay, hier ist anscheinend ein Spawn von denen. Boah, das gibt's doch nicht. Unser Team lässt sich gerade alles wegnehmen, ey. Weil die... Wie solche, was-ich-was-Tiere... ...nur unbedingt eins haben wollen. Okay, der scheint oben zu sein. Kann er sich drum kümmern. Gucken wir erstmal hier die Flagge, die uns gehört. Oh. Oh, shit. Oh, ey, ey. Macht die auch irgendwann mal lebendig? Anscheinend ja nicht. Oh, doch, ich wurde wiederbelebt. Rambo-Trix hab ich. So, mit einem relativ akzeptablen Rest. Ich glaub, das war 80 oder so. Oh. Ja, also... Nein! Oh, das kommt davon, wenn man jemand wiederbelebt, ey. Wenn man kein Team hat, womit man sich absprechen kann, richtig. Das ist ziemlich schwer, irgendwie einigermaßen zu überleben. Ja, ich muss das auch sagen. Also, dadurch, dass man wirklich so... ...gezielt Knotenpunkte ausschalten kann. Ja. Kann man ungefähr denken, muss man... Also, hier ist sehr viel los auf jeden Fall draußen. Ich meine, man hat genügend Deckung in den Häusern, aber da auch erstmal hinkommen und alles. Boah, ich war schon längst im Gebäude. Die haben definitiv den alten Netpot wieder eingespielt. Weiß nicht. Ja, das hört sich für mich definitiv so an. Also, im Battlefield 4 normal jetzt wieder... Da habe ich bei Kassel besser geschossen und gespielt, dude. Aua. Das hat mir wehgetan. Und das ist ja gleich schon wieder vorbei und mein Team verliert. Wie machen wir das? Wir sind jetzt bei 8 Minuten. Reicht das für die Review hier? Muss ja, oder? Na, ich weiß nicht. Na, kriegt doch ein Key mit der Granate? Weiß ich nicht. Propaganda-Map. Jetzt haben wir nicht viel von Revolution gesehen. Ich weiß noch gar nicht, wo die sein sollen. Aber... Ne, ich auch nicht. Ich habe doch zum Beispiel noch nicht mal den hinteren Teil der Map gesehen. Also... Ich bin da einfach nicht hingekommen. Also, wenn ich Booster anmache, schaue ich vielleicht in einer der Reviews noch Colonel 100 zu werden. Ähm... Ich weiß nicht. Wollen wir jetzt auf noch eine Runde gehen hier? Oder... Ja. Wir sind jetzt bei 8 Minuten. Eine zweite Runde dauert vielleicht dann 16. Eine Minute mehr als geplant pro Review. Ja, ist doch nicht schlimm. Obwohl die Map wird wahrscheinlich ändern. Ah. Also, ich habe neutral gespielt. Du auch. Dritter aus meinem Team. Bin zufrieden. Ja. Ja, was kann man über die Map sagen, Walt? Die ist genauso fies wie die anderen. Ich meine, okay, hier gibt es ein bisschen mehr Long-Range-Gameplay. Also, hier können auch Sniper hier einen Spaß haben. Ich denke mal, in der anderen Map auch. Wir sind ja keine Sniper-Spieler. Wir wissen ja nicht, wo die sich am liebsten hin campen. Aber, ähm... Das Problem ist, bei der anderen Map, die ist ein bisschen zu ver... ...killt. Das Problem ist, bei der anderen Map, die ist ein bisschen zu ver... ...killt. Vielen Dank.